Vorher Woche ist er auf ein richtiger Brünnchen gefahren, hat ihn in den Bike gehabt, noch ein Vorlass, weil er tausend Dinge gehabt hat und kein Geld und ist alles gestohlen worden oder was. Das sind auch alles offizielle Zettel, wo er hat und jetzt heute mit einem Bike-Fan. Das spricht nur Englisch. Alter, ich kann dir mal ein Aktenzeichen. Das ist EIY. Ruf. Ach so. Na gut, dann muss die Polizeiinspektion Aschenberg angekommen. Er hat Gefahrkarte gegelt und er hat vor Woche, schau mal, und hab ewig mit rumgezerrt, noch ein Verlass, weil er laute Dinge von der Polizei hatte, ist angeblich alles geklaut worden, von ganz Deutschland, laute Mappen und so. Und verschiedene Polizeidänschen, jetzt wollte ich halt mal nachfragen, weil er wieder unterwegs ist. Und hat wieder immer noch kein Geld und Gefahrkarte und nix. In Aschaffenburg bin ich um 14.41 Uhr. SCP Phone. That's an SCP Phone. Ja, der will bis Frankfurt. Ne, 14.41 Uhr. 14.41 Uhr. In Aschaffenburg. Genau, der ist im letzten Wachen und sitzt da oben. Letzte Wache oben. Der wird bis Frankfurt. Genau, alles klar. Genau, alles klar. Genau. 2. 696. Nächster Halt. Karlstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 2. 1. 1. 2. 1. 2. Annipern. Absolut f***ing Joke. Steal ein für eine neue one. Bari, also Bertha, Anna, Richard, Ingrid, Emil. Und die Geburtstag ist Dande. Okay, dann soll ich den mal gucken. Genau, weil den hatte ich vor einer Woche sowas schon mal gehabt und jetzt ist er wieder da. Das ist komisch, aber dann wundert mich halt, dass er nichts hat. Dann muss er zur Polizei und jetzt wieder zurück nach Düsseldorf oder was, oder Frankfurt. Keine Ahnung. Okay, also, danke dir. Genau, gut. Ja, danke, tschau. You know why this is happening? I can make it very brief. I'm owed a lot of money. I have four major companies on my ass. They won't give me my money. I've contacted your government. They're making me look like I'm not paying a goddamn ticket when essentially the police are not doing anything with no protection and I've got to get out of here. I can't stop it. These papers are all good. It's no problem. No, but it's not all good because I'm going to end up getting killed in Germany. That's the problem. The reason I'm having to jump these trains is I'm getting attacks all over the place. And then I talk to someone like you, you think I'm doing something bad. You have people laughing. It's a joke. In Aschaffenburg comes the police. For me? If the police, yes, and to me. When the police say to me, it's okay, you can travel, you can drive to Frankfurt, then it's okay for me. I don't even feel safe. Because normally you need a ticket. It's your government. Das ist der Grund, weil wir nicht verdient sind. Ja, aber was du hier hörst, ist, dass es nicht möglich ist, ein Krieg zu passieren in Deutschland. Das ist nicht möglich. Das ist schon lange passiert. Dein Regierung hat mich in Schweinfurt interrogiert für Billionen von Dollar. Jetzt, wenn meine Geschichte und all das rauskommt, dann sieht dein Land sehr schlecht aus. Das ist, warum sie mein Geld behalten. Und dann habe ich riduclose Gespräche mit einer Person wie du. Was willst du? Was willst du? Du sprachst mit mir. Ja, ich habe gesagt, es ist die Regierung. Ich habe gesagt, es ist okay. Es ist so kriminell, wie du kannst. Ich bin 100.000 in München und ich kann nicht das Arbeitsgericht. Du denkst, es ist unmöglich, weil du in Deutschland bist? Das ist ein Schuss. Das sind 90 Millionen Menschen. Die Polizei kommt in Schaffenburg. Ja, ja. Und wenn die Polizei sagt, es ist okay, dann ist es okay. Ich sage dir, was du könntest. Ich bin f***ing pissed off von diesen Menschen. Ich bin wirklich. Aber kein Krieg kann passieren in Deutschland, oder? Das ist Deutschland. Wir warten.